hallo mein name ist swiss bianco in diesem video werde ich einfach ein bisschen natur filmen wie sie hier auf meinem land vorhanden ist die ruhe die natur und fertig so Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist hier eigentlich immer so ruhig. Die Natur ist hier in den USA bei mir so ziemlich intakt. Es hat ab und zu auch noch Vögel, die ein bisschen zwitschern, aber sonst ist es hier ziemlich ruhig, sehr gut zum Entspannen.